Alex hat nämlich hier ein Poster mitgenommen, was die Trainer und Mitarbeiter des Europäischen Astronautenzentrums, also hier in Köln, zeigt und hat das vor einem sehr schönen Blick auf die Erde postiert, hier in der Cupula, also in der Aussichtskanzel der Internationalen Raumstation. Da kommt natürlich gleich die Frage auf, wie kriegt man die Erde denn so schön rund und als Ball ins Bild? Nun, die Antwort ist, die Erde ist abgeschnitten. Man sieht ja aus 400 Kilometer Höhe sehr schöne Ausschnitte der Erde, Wolken, Wasser, Ozeane natürlich, aber man sieht die Erde nicht als Ball. Das ist also hier so eine Art optische Täuschung, dadurch, dass die Fenster Rahmen haben, wirkt die Erde wie der blaue Ball, den wir immer von Wetterberichten oder Ähnlichem kennen, aber die Raumstation ist natürlich nicht weit genug von der Erde weg, um ein solches Gesamtbild der Erde zu liefern. Jetzt sind wir sie hier im Moment aus, wir werden uns über die Welt geformen, um eine Art und Weise nachhaltig, wie in der Erde, in der Erde, in der Erde, in der Erde, wo wir die Erde zum inspections. Das ist eine Art und Weise nachhaltig, wie die Erde oder die Erde umbremseinigen, dass die Erde erfreut hat und die Erde zają sich für alle Erfreutaten,